Die Zeit nach Nuh, a.s. Zusammenfassend, Nuh, a.s. hat überlebt. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِيمٌ Hierauf ließen wir nach ihnen ein anderes Geschlecht, ein anderes Volk entstehen. Wer ist dieses Volk? Wir wissen es nicht. Die Tefsir-Bücher sagen, höchstwahrscheinlich ist das Volk von Ad und Semud gewesen. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِعْبُدُ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهِنْ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُمْ Dann schickten wir zu ihnen Gesandten von ihnen und sie sagten das gleiche, was Nuh sagte. Dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Höchstwahrscheinlich ist hier die Propheten gut und zahlig damit gemeint. Aber das Interessante ist hier, bei den 31. und 32. Vers, nach den Völkern von der Vernichtung von Nuh, warum wird das Volk nicht genannt? Und warum werden die Propheten nicht genannt? Denn die Geschichte wiederholt sich immer wieder, egal was für ein Prophet, egal was für ein Volk das ist. Das, was der Prophet sagt, was die Propheten sagen und mit was sie erwidert werden, ist nach Nuh und mit Nuh immer gleich gewesen. Und was sagten sie? Genau das gleiche sehen wir im 33. Vers, der Aristokraten. Und die führende Schah aus seinem Volk, die Aristokraten, die oben an der Pyramide saßen, die ungläubig war und die die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklärte, der das Jenseits nicht geglaubt hat und der wir im diesseitigen Leben üppigen Wohlstand verliehen haben, die den Kapitalismus im Maximal genossen haben, die Reich waren, sagten, dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das von dem isst, was ihr isst und von dem trinkt, was ihr trinkt. Hier sehen wir dieses Rhythmus in allen Theoridbewegungen bei dem Mubachidon. Wenn die Mubachidon anfangen, den Theorid zu erklären, im wahrsten Sinne sind es diejenigen, die gegen sie stellen, zuerst die Kapitalisten, die Aristokraten, weil sie wissen, die Kapitalisten sind die Ungerechten dieser Welt und sie wissen, dass danach die Gerechtigkeit kommt durch den Theorid und sie sind diejenigen, die das als Erster verlieren. Deswegen, die Leute, die sich am Ersten unter den Propheten versammeln, sind immer die Armen gewesen. Wenn ihr einem menschlichen Wesen euresgleichen gehorcht, dann werdet ihr für wahr Verlierer sein, sagen die Reichen, zu dem anderen des Volkes. Verspricht er euch etwa, dass ihr, wenn ihr gestorben und zu Erde und Knochen geworden seid, wieder hervorgebracht zu werden. Also, die wissen schon ganz genau, was die Propheten berichten. Deswegen sagen sie, komm, dieser neue Prophet, ist doch egal, ist Zalich, Hut, Nuch oder irgendwelche, die wir überhaupt nicht mal kennen. Komm, was sagt denn der Prophet? Der möchte euch vom Jenseits was präsentieren, ne? Genau. Hey, harte, hey, harte, nema, toa, don, sagen die Kufrat. Weit, weit entfernt ist das, was euch versprochen worden ist. Inher, illa, hayatuna, dunya. Es gibt nur unser diesseitiges Leben. Nemutu, wir werden sterben. Wa nahya, wa ma nahna, bimaz usim. Wir werden sterben und wir leben und wir werden nicht auferweckt werden. Inhu wa illa rajulun iftara ala lai kesibam, wa ma nahnu lahubi mu'minim. Das ist ja auch ein sehr interessanter Satz, wenn man normalerweise darüber denkt. Die Mushikun sagen über die Propheten, er ist nur ein Mann, der gegen Allah eine Lüge ersonnen hat. Sanki, die beschützen Allah. Eine Allah ist was, sowas, außerdem, der sich unser Leben nicht einwäscht, guck mal, dieser Prophet, der lügt über Allah. Sanki, sie beschützen Allah. Und wir wollen ihm nicht glauben. Qale, oh, sprich, oh, ihr Propheten. Egal, wer das ist und unser Prophet auch. Rabbin surne bima kathabun, mein Herr hilft mir, wo sie mich der Lüge bezichtigen. Qale, amma qalilin le yusbihuna nadimim und er sagte, über ein Kleines werden sie wahrlich Reue empfinden. Fa'achazat humus sayhatu bilhakti faja'alnahum usha' fabu'dal lil qawmiz zalimim sadaqallahul azim und in diesem Turbulenten, da ergriff sie zu Recht der Schrei, der Knall, die Vernichtung und so machten wir sie zu Abschaum. Weg darum mit dem ungerechten Volk. Die